Und dass er deswegen nicht gesehen hat, dass der eine abbiegen wollte. Dass er geklinkt hat und da ist er abbiegen wollte. Wird er jetzt noch links von? Ja. Ich kenn ja meinen. Ein Blinker kaputt, gell ich mein? Ja, ich hab mir ja beigedacht, der wird jetzt. Aber der ist ja... Ja, der ist ja auch die Ausländer-Kennzeichen. Wenn ich, wo ich was, will ich auch eine Ausländer-Kennzeichen machen. Echt? Ja, was ich ist genauer. Ja, ich werde nicht. Eine Einung nicht. Du kannst es höchst. Du kannst, wo ich noch keine Ausländer-Kennzecheibe. Deine Bis zum Beispiel. Das ist ein WI-H-H-Kunnel. Ah, hau.